Rentenerhöhung 2023. Über 100.000 Rentner werden wegen der Rentenerhöhung 2023 neu steuerpflichtig. Sind Sie auch mit dabei? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Rentenerhöhung 2023 ist ja durch. Zum 1.7.2023, das wissen wir, das ist im Übrigen heute, ist die Rentenwertbestimmungsverordnung der Bundesregierung in Kraft getreten. Sie ist am 26. Juni 2023 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Meine Damen und Herren, und jetzt tickern schon die ersten neuen Informationen zum Thema Rente und Steuern hoch. Ich mache da mal schon eine Seite auf und zwar hat hier die Welt am 30.06. online mitgeteilt, dass wohl mehr als 100.000 Senioren durch die Rentenerhöhung 2023 in die Steuerpflicht rutschen. Und zwar müssen wohl tausende Rentnerinnen und Rentner ab Juli Einkommenssteuer zahlen. Grund ist wohl die Rentenerhöhung. Bekannt ist ja, dass ca. 6 Millionen Rentnerinnen und Rentner derzeit laut dem Finanzministerium Steuern zahlen. 66% oder auch zwei Drittel aller Rentenleistungen in Deutschland waren im Jahr 2022 steuerpflichtig. Das meint natürlich nicht nur die gesetzlichen Rentenleistungen, sondern auch Betriebsrenten und auch private Rentenvorsorgen waren steuerpflichtig. Das ist eine gewaltige Zahl. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Milliarden Euro da in die Kasse des Finanzministers reinkommen. Auf jeden Fall wird der sich die Hände reiben. Durch die Rentenerhöhung rutschen zum 1. Juli 2023 mehr als 100.000 Rentner in die Einkommenssteuerpflicht. Und das ergibt sich wohl aus einem Bericht der Funke Mediengruppe vom Donnerstag, welcher praktisch im Grunde genommen vom Bundesfinanzministerium herausgelassen wurde oder bestätigt worden ist. Wir reden hier ganz konkret von 109.000 Rentner, die das betrifft. Gleichzeitig sagt das Ministerium auch zu Recht, ja, umgekehrt haben wir ja im Januar 2023 durch die Erhöhung des steuerlichen Grundfreibetrages rund 195.000 Ruheständler aus der Steuerpflicht rausgeholt. Und jetzt im Saldo sozusagen mit den 109.000 bleiben dann circa 80.000 oder 88.000 übrig, die dann mehr steuerpflichtig sind. Also diese Zahlenspiele sind eigentlich völlig uninteressant, sondern viel interessanter ist jetzt die Frage, wie erfahren Sie als Rentner eigentlich davon, ob Sie steuerpflichtig sind? Und das ist eine Frage, die kann man eigentlich relativ einfach beantworten. Im Steuerbescheid, im Rentenbescheid, den Sie bekommen, steht das nicht drin. Im Rentenbescheid steht nicht drin, ob Sie steuerpflichtig sind. Ja, sondern das können Sie nur herausfinden, indem Sie sich pflichtunergreifend hinsetzen und eine Vorausberechnung machen. Und wer das nicht kann, der sollte sich bitte zu seinem Steuerberater begeben oder zu einem Lohnsteuerhilfeverein, die dann die entsprechenden Vorausberechnungen machen. Es gibt ja diese sogenannten steuerlichen Rentenbezugsmitteilungen und anhand dieser steuerlichen Rentenbezugsmitteilungen, die man von der deutschen Rentenversicherung übrigens abfordern kann, kann man relativ schnell und relativ einfach herausfinden, ob man steuerpflichtig wird oder nicht. Nochmal, in der Rentenanpassung, im Rentenanpassungsbescheid steht das nicht drin. Deshalb kann ich nur jeden raten und auch empfehlen, vor allen Dingen diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die schon längere Zeit in Rente sind und immer wieder diese Erhöhung bekommen haben oder Doppelrentner, wie zum Beispiel Altersrentner, hinterbliebenen Renten oder Erwerbsminderungsrentner und hinterbliebenen Renten oder Rentnerinnen, ist ja wurscht, dort einfach aufzupassen. Denn die Rentenerhöhungsbeträge, die sind zu 100% steuerpflichtig, meine Damen und Herren und da werden von diesen Beträgen werden die sogenannten Rentensteuerfreibeträge, die beim erstmaligen Beginn einer Altersrente oder gesetzlichen Rente festgelegt werden, nicht erfasst. Ja, also müssen wir höllisch aufpassen. Also Sie nehmen bitte, wenn Sie im Zweifel sind, Ihre Rentenanpassungsmitteilung, schreiben bitte die Deutsche Renten oder Ihren Rentenversicherungsträger an, fordern die steuerlichen Rentenbezugsmitteilungen von 2022 ab, vielleicht sogar noch ein Jahr mehr, dass man hier auch Sicherheit hat. Und dann gehen Sie bitte zu Ihrem Steuerberater oder zum Lohnsteuerhilfeverein oder Sie organisieren sich ein entsprechendes Programm, diesen im Übrigen auch im Handel erhältlich sind und auch zum Teil sehr, sehr gut sind, einfach strukturiert sind, aus meiner Sicht zumindest nachvollziehbar sind und dann gibt man dort die Daten ein und bekommt dann ein Ergebnis. Meine Damen und Herren, wenn Sie dann das Ergebnis haben, sollten Sie sich vielleicht nochmal, wenn Sie es jetzt selber machen mit der Berechnung, nochmal zu einem Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberater begeben, das nochmal abchecken, ob nicht hier vielleicht sogar eine nachträgliche Besteuerung für einige Jahre zurück noch kommen kann. Man weiß das ja nicht und dann würde möglicherweise ein böses Erwachen für Sie entstehen, wenn das Finanzamt dann sagt, okay, Sie müssen vielleicht für vier Jahre rückwirkend hier noch Steuern nachzahlen. Aber im Kern sind über 100.000 Rentnerinnen und Rentner mit der neuen Rentenerhöhung 2023 in der Steuerpflicht drinne und deshalb im Zweifel bitte prüfen. Näher was zum Thema Rente und Steuern finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.